hallo und herzlich willkommen bei mani ja die neue fishing demo zum suro mimos bei pass of titans ist da und testen das ganze jetzt einmal so wir sind ein suro mimos und wir gehen jetzt mal schwimmen einmal ab und wir sehen fische und die soll man jetzt wohl auch fangen können jetzt mal da ist schon so ein großer komm komm her du bring dich keine chance er gibt ich in der tritt schon wieder ihr merkt es ist gar nicht so einfach so ein fisch zu fangen haben wir nicht jetzt verarscht uns der verarscht uns ok 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 aufgeben aufgeben da kommt er kommt auf uns zu nein entmischt uns ok sind wir sind ein bisschen lost gerade wir haben keine stamina mehr ok das fischen gestaltet ist schwieriger als gedacht wenn er jetzt wieder auf uns zukommt dann holen wir ihn uns ja wir haben wir haben wir haben ihn sehr schön sehr schön so was können wir jetzt machen wir können einmal kurz drücken dann fressen wir den fisch oder wir können erhalten dann legen wir den fisch hin ist das ist das nicht geil das ist doch richtig geil oder das heißt wir können wenn also theoretisch wenn wir junge hätten wir könnten mutter schon mal dorthin bringen so wir können jetzt sehen ich hier einfach essen können ihn aber auch wieder aufheben ah du baum und den fisch mal an ok das gestaltet ist schwieriger als gedacht so funktioniert es wunderbar und wir können den fisch jetzt wieder uns herumtreten sagen sehr nah ist schauen wir uns mal an schluckte den fisch eigentlich im ganzen runter wie groß wir probieren es mal wir drücken mal e ok dafür verschwindet einfach aber er macht so die animation als würde ihnen dann ganz runter schlucken wir gucken mal ob wir noch ein fisch fangen können gibt es hier kann ich auch die kleinen fangen hallo kleine fisch ist ja die kleinen kann ich auch fangen das ist sehr cool also das ist echt cool das gefällt mir schauen ob wir den fisch noch auf andere art aufheben legen mal wieder hin was passiert jetzt wenn ich auf diesen fisch beiße scheiße aber wir können ihn wieder aufheben nein er trinkt er trinkt wir haben ihn wahrscheinlich zu nahem wasser abgelegt unser fisch ist lost wir brauchen wir brauchen noch einen wir holen uns mal noch komm her fischi fischi komm zu langsam so ein elefant im porzellanladen ey komm her du fisch ja mann wir gucken mal dass wir jetzt ein bisschen mehr ins landesinnere gehen wir haben ja keine ausdauer so so weisen nein nicht aufheben müssen uns mal gescheit positionieren aha ein stein aber wenn wir jetzt wieder eh gedrückt halten klingt er ja okay hör mal auf zu trinken was ist los mit dir du kannst den boden du kannst doch nicht den boden trinken hier summer okay aber okay das ist das ist strange aber das fischen an sich es funktioniert es funktioniert noch ein ah getaucht er ist abgetaucht müssen aber aufpassen dass wir nicht nicht wegen überfischung angeklagt werden oder sowas aber vielleicht sind auch einfach die kleinen fische verpackt wird wir uns jetzt nochmal mit einem großen fisch ich nehme jetzt einfach das nächste was mir vor ja jawoll oh ja der der war gut kann ich denn jetzt schon im wasser essen okay was passiert okay wir gehen an wir gehen an land mit dem fisch da kann er ihn essen okay top das funktioniert ja an der stelle von der web müssen sie wahrscheinlich noch mal drüber arbeiten weil ihr seht ich kann mit dem fisch hier nichts mehr machen ich kann hier nur den boden trinken aber die eigentliche mechanik sie funktioniert wir können uns fische holen wir können die fische fressen wir können die fische theoretisch auch wieder aufheben haben wir ja gesehen ganz am anfang vom video das geht das ist schon mal richtig ist leute aber was sagt die dazu eine leute was sagt was sagt ihr dazu ist das nice oder ist das nice also mir gefällt das richtig gut und ich bin mal gespannt was bei pass of titans noch so kommen dann war es das schon wieder von meiner seite hier wir sehen uns beim nächsten video schaltet wieder rein vergesst nicht mir ein abo da zu lassen zu liken und zu kommen also bis dann ciao 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 ciao